Der Lebenstempo im Moment ist ein wenig zu schnell, aber der Ben ist cool. Der Ben ist ein wenig langsamer als der Rest der Schweiz und sicher langsamer als Sydney, warum wir hier früher waren. Ich denke, die Schweizer sind ein geschaffiges Völkli, aber sehr verklemmt. Und damit setze ich mich auseinander und versuche, eine bessere Schweizerin zu werden. Heimat. Einfach das, was ich kenne und das, was ich liebe und nicht etwas Fremdes. Ich glaube, ich habe wirklich so etwas gesehen. Das war alles total neu und unklar und schlimm. Und dann kam jetzt dieses Praktikum in der Schweiz und für mich war das direkt dunkel. Ich könnte mir jede Menge Länder vorstellen, wie ich drin leben könnte. Also ich habe mal fünf Jahre in Italien gelebt und drei Jahre in Deutschland. Das ist alles auch gut. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiss auch nicht, in Kolumbien zu leben oder in Malawi oder ich weiss auch nicht wo. Die Schweiz ist natürlich ja nicht der echte Schweizer, geht es hier gar nicht. Wir sind ja auch eingewandert irgendwo. Und Sie sehen, dass die Governments sehr, sehr leidig sind, zu close auf die Bordersen und zu stoppen von Menschen zu ziehen. Denn es ist so wichtig in modernen Gesellschaft, dass es movement ist, dass es sich in das politische Gewerkschaft, between countries and stuff like that. But if that does happen, then I think this... Then I think society starts to... The society as we know it starts to kind of degrade very quickly. Thank you.